Ich höre deine Befehle und ich werde gehorchen. Aber zuerst brauche ich deine Hilfe. Du hast mein Gegenstück erschaffen, als du mich heraufbeschworen hast. Es muss gestoppt werden, denn es ist böse. Mach mal halblang, ja? Oh, ein paar heiße Ladies und sie sitzen im Knast, so mag ich das. Ihr Leute, channellt der oder sowas? Ich glaube nicht, dass er ein Medium ist. Aber ja doch. Und wer, wer bist du, hä? Nun, Freund und Feind nennen mich Lucifer. Sag Lu zu mir. Und du? Du willst wirklich mit einem Bullen auf den Schulball? Gut. Den legen wir um. Wie bitte? Den legen wir um, ein Messer an die Kehle und fertig. Danach kümmern wir uns um deine Eltern. Buh! Hört nicht auf ihn, das ist nur Theater. Theater? Du bist ein Amateur. Du weißt nichts über meinesgleichen. Ich bin abgrundtief böse und bereite den Menschen Schmerzen. Und ihr habt dieses Böse heraufbeschworen. Dafür schmult ihr auf ewige... Hey! 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 Hey!